Weiter geht's bei Cities Skylines. Dankeschön fürs Einschalten und wenn du nicht weißt, was das für ein Projekt ist, guck mal in die Videobeschreibung und da findest du eine kleine Playlist und eine kleine Beschreibung zu diesem Projekt. Ich würde sagen, wir legen los mit... ich hab gar nicht gesagt, womit wir loslegen, aber wir bauen heute, glaube ich, den Main District zu Ende und dann geht es weiter mit Green Cities auf dieser Seite der Map. Wir haben ja letztes Mal noch die letzte Stadtstufe erreicht, nicht die letzte, sondern die nächste Stadtstufe, Hauptstadt, und können jetzt einen Frachthafen und einen Hafen bauen. Das ist natürlich, wenn man keine, wie soll ich sagen, DLCs drauf hat oder nicht viele DLCs drauf hat, ist das natürlich relativ wenig. Wenn ihr DLCs drauf habt, ist das alles immer ein bisschen mehr. So, dazu kommt noch das ChirpX-Startgelände und der Wintermarkt. Ich glaube, das waren auch mal irgendwelche Updates, die dazu gekommen sind. Und das ChirpX-Startgelände, das würde ich, glaube ich, eher in den Technik-Mini-Creator-DLC packen. Also, wir sind, glaube ich, jetzt zu dem Schluss gekommen, dass DLCs mit Gebäuden, also so Mini-DLCs mit Gebäuden, einen eigenen Stadtteil bekommen, ne, doch, einen eigenen kleinen Stadtteil bekommen, auch wenn der mega teuer wird dann. Und DLCs, die sich global verbreiten, was weiß ich, bekommen, werden quasi so in die Hauptstadt mit eingestreut. Also, in alle Bereiche, wie zum Beispiel diese U-Bahnhöfe sind zwar auch Gebäude, aber das sind halt Gebäude, die man nicht alle nebeneinander baut. Und die würde ich ganz gerne hier drin verwenden. So, ich hatte auch letztes Mal die Kommentare gelesen von wegen Züge. Die Züge gehen ja hier lang und da lang. Also, ich würde jetzt nicht noch explizit eine Zugstrecke hier reinziehen. Eventuell vielleicht nachher in dem Bereich für Güter oder so, müssen wir mal gucken. Aber ansonsten werde ich halt hier viele Bahnhöfe mit integrieren, die halt direkt an der Strecke liegen. Wie zum Beispiel bei Green Cities könnte man hier ein paar Bahnhöfe einbauen, die hier oben liegend sind. Vielleicht auch mit einer U-Bahn-Anbindung von hier drüben, da läuft ja auch einer her. Und es gibt hier irgendwie einen Fehler. Oder auch nicht. Da war gerade immer die ganze Zeit von wegen, die Strecke ist nicht angeschlossen. Was ist da los? Aber an sich sind die U-Bahnen, glaube ich, alle ganz gut, ja, nicht ganz gut belegt. Also, manche noch nicht. Aber andersrum haben wir natürlich auch noch Busse und die Stadt ist auch noch nicht so groß. Ja, okay, 20.000 geht eigentlich, ne, für das kleine Stückchen hier. Das ist schon gut. Ein Tipp kam noch rein und zwar, das ist auch ein Tipp, den ich vorher auch immer gesetzt hatte. Und zwar, im Normalfall mache ich halt immer, wenn ich irgendwas baue, entferne ich halt vorher immer alle Bäume. Also, hat den Hintergrund, dass weniger Sachen auf dem Schirm sind von Cities und vor allen Dingen werden Bäume unter Gebäuden weiterhin mitgezählt. Kann ich mal ganz kurz zeigen. Und jemand meinte auch, dass das Ganze leckfreier ist, wenn man die entfernt. Das weiß ich natürlich nicht, das habe ich noch nicht so weit ausprobiert. Oh, da sind ja auch noch Wogengebäude. Warum zieht da keine ein? Ich mache mal schneller und man sieht es auch ganz gut hier dran, wenn man Moe mitnimmt und man macht nur Bäume. Ich habe sogar schon welche markiert. Wir nehmen jetzt mal den Bereich hier, der komplett überbaut ist und ihr seht, da sind super viele Bäume drin. Die mitgezählt werden, aber die man nicht sieht. Also, die werden statistisch gesehen mitgezählt und man darf, glaube ich, auch nur eine Million Bäume machen. Ne, hier gibt es keine Bäume, ne? Das ist egal. Guck mal, hier habe ich umgebaut, weil die Straße kacke war. Läuft bei uns. Äh, Probleme. Ah, ne, doch hier Limits. Da haben wir es doch. Wo sind denn die Bäume? Äh, Building Citizens. Müssten ja eigentlich die sein, die... Hier, Trees. Lol, wir sind schon bei 91% Trees. Okay, eine Million Bäume sind das aber nicht. Oder heißt 91% Consumption. Was heißt das? Aber sind halt sehr viele Bäume, ne? Wir haben bedenkt, wir sind alle hier drunter. Aber ich kann dir vorstellen, dass das ist... Dass das, äh, die Bäume sind, die benutzt sind. So, warte, wir machen aber jetzt mal folgendes. Wir haben ja Moe mit. Das geht halt mit Moe mit ganz gut. Wobei, ich sehe hier gerade, nee, kann alles weg. Zack. Das waren jetzt aber viele Bäume, glaube ich, ne? Dreck geleckt. Dreck gespeichert. Oh Mann, ey. Dann, hier sind wenig Bäume. Das sind nur oben rum. Kann auch sein, dass ich hier schon rasiert habe, ne? Loll. Deswegen leckt das immer kurz. Ich glaube, die müssen neu berechnen. Die denken sich so, scheiße, waren hier nicht mal Bäume intern? Und dann, äh, machen die weiter. Jetzt kommt hier noch. Und dann sollte es eigentlich reichen mit den freien Flächen. Weil da waren nicht viele, ne? Und ja, komm, hier oben auch noch. Komm. Und hier noch. Ui, ui, ui. Da sind aber viele Bäume. Ja, da drunter. Ne, warte, da drunter. Die sind oberirdisch. Das macht echt irgendwas aus, ne? Auch mit den... Da, die Fahrzeuge vorsetzen sich immer. Cool. Hier bestimmt auch noch super viel. Oh ja. Ja, und ich glaube, das sollte dann erstmal genügen mit den Bäumen. Ich hätte natürlich auch alles markieren können, aber dann wären auch die Bäume weg gewesen, die ich selber gesetzt habe. Und das ist halt doof. Sind zwar nur zehn Stück hier vorne, aber trotzdem, die habe ich mit Liebe gesetzt. Die müssen bleiben. Wir haben Bäume entfernt. Und zwar Limits. Gerade bei 91 Prozent gewesen. Jetzt nur noch bei 60, äh, bei, äh, ne? 90 Prozent. Amount Capacity. Ah, doch. Man darf nur 262.000 Bäume setzen? Warte mal. Die muss ich einmal nachzählen. Einmal. Aber sind schon echt viele, ne? Die nehmen halt alle Bäume von der ganzen Map, muss man dazu sagen. So. Also hier ist ja schon ausgezeichnet. Das ist ausgezeichnet, muss ich sagen. Hier oben fehlt noch eine Straße. Dann nehmen wir eine normale. Einmal in diese Richtung. Und wir bauen jetzt nur noch auf der Seite. Machen hier vielleicht nur ein, zwei Industriegebäude hin. Der Rest wird mit Bäumen zugepflastert. Gut, dass ich gerade weggemacht habe. Hier kommen halt Bürogebäude hin. Im hinteren Bereich. So. Hinterer Bereich. Im vorderen Bereich sehen wir diese anderen Gebäude. Äh, auch zu gut. Die anderen und die einen Gebäude. Oh, wo warte? Ne, komm weg nochmal. Sorry, wir müssen nochmal raus. Tut mir echt leid. Da sind die jetzt Bürogebäude. Hier kann man vielleicht noch den machen. Hier das ein oder andere Industriegebäude noch. Kein zu großes. Damit es sich zu abgeschnitten aussieht in dem Bereich. So. Und. Sobald die Gebäude da sind, können wir mit dem Pinsel darüber gehen. Weil der Pinsel sitzt nur da Bäume. Also der Baumpinsel. Wo freie Flächen sind. Und nicht einfach da, wo alle Bäume sind. Äh, alle Häuser sind. Hier der Bereich. Wie sieht es hier aus? Da vorne ist noch eine U-Bahn. Hier ist auch relativ viel Verkehr. Weil hier viel Industrie ist. Und die wollen halt zur Autobahn oder irgendwo anders hin. Zu den Gebäuden vor allen Dingen. Weil die liefern ja auch noch Waren hin. Und deswegen ist die Straße da oben schon ganz gut. Gut. Wir lassen die einfach. Da ist super viel Verkehr, ne? Hier oben können wir dann noch solche Gebäude machen. So, dann geht das noch ein bisschen über. Der hat dann gleich Strom. Hier könnte eventuell noch ein großer Park hin. Ein großer, bitte. Das wäre dann der große... Ein großer Spielplatz ist auch klein, ne? Ein kleiner Park. Kleiner Park ist ja groß. Kleiner Park am Start. Alle freuen sich. Ja, keine Hüpfburg, Leute. Keine Hüpfburg. Man, ein richtiger Park. Oh, warte mal hier. Warum könnte man auch noch einen Park machen? Schön am Industriegebiet. Zum Spazieren. Hier auch noch. Und ihr seht in dieser Parkansicht, da seht ihr, wie die Bäume normalerweise aussehen, wenn man nicht die Modifikationen drauf hat, die das verhindert. Es gibt nämlich eine Modifikation, die dieses lilane, verschmutzte Bodenzeug wegmacht. Und deswegen, sonst würde das echt so aussehen. Und das gefällt einem natürlich nicht so gut, ne? Ich glaube, da sind wir auf einer Wellenlänge. Aber eine Hüpfburg, müsste ich noch hier einmal eine hinmachen. Da. Das ist Hüpfburghausen. Und das Haus muss leider weg. Obwohl das echt ein schönes Kleines ist, ne? Aber ich weiß sie ja nicht. Ah ja, genau. Erstmal Dankeschön an alle, die U-Bahn-technisch beantwortet haben, dass man es merkt in Gebäuden, wenn eine U-Bahn drunter herfährt. Vielen Dank auf jeden Fall. Ne, warte mal, das machen wir weg. Und die nächste Frage ist, das wäre jetzt ein relativ kleines Haus. Und wenn ich mir bedenke, wie viel wir bei diesem großen, also wir wohnen jetzt nicht in einem großen Haus, aber wir haben eine Wohnung in diesem großen Haus. Und wir teilen uns alles. So, keine Ahnung, Grundbesitzabgaben, Wasserentsorgung und der ganze andere Scheiß. Aber ist das die letzten Jahre teurer geworden? Oder war das schon immer so teuer? Weil ich mir das letzte Mal so durchgelesen habe und mir gedacht habe, wenn ich jetzt ein kleines Haus besitzen würde, da wäre voll viel Scheiße, die ich nur bezahlen müsste. Monokulturen. Oder war das schon immer so, dass man so viel Scheiße drumherum bezahlt hat? Da bitte ganz gerne mal raushauen. Also das wäre echt erschreckend. Ich meine, Müllabfuhr, klar, das kann man ja auch steuern so ein bisschen. Wo bei unserem Haus nicht. Da entscheidet ja die Gemeinschaft. Und wenn die sagt, es ist zu wenig Mülleimer da, dann sind es zu wenig Mülleimer da, obwohl die halt kacke sind. Aber das ist ein anderes Thema. Voll schön. So, wir haben Bäume, Straßen. Der Abschluss hier an der Stelle. Wunderschön gemacht. Hier auch ein paar Parks. Hier würde ich vielleicht nur ein, zwei Gebäude setzen. Damit man hier so einen kleinen Übergang hat. Ruhig hier noch ein bisschen ganz schmalen Gebäuden. Aber nicht so schmal, dass es nur eine ist, sondern so. So. Dann könnte man... Das sind aber Müllverbrennungsanlagen, ne? Hier oben noch ein, äh... Warte, ein Park hinmachen. Ein Hundepark. Schön den Hundepark hinterm Haus. Mit Tretminen-Alarm. Aber bei uns hier in der Gegend, da machen die meistens weg. Nicht immer, aber meistens. Das ist schön. Das gefällt mir. Das ist auch blöd, ne? So ein Hundepark neben so einem Ölkraftwerk. Aber ich muss dazu sagen, ich glaube, wenn man hier so... Okay, das ist ein bisschen klein eigentlich für so ein riesiges Kraftwerk. Wenn man sowas in der Nachbarschaft hat, wäre die Anlage, glaube ich, wahrscheinlich so groß. So. Wird Strom machen für alles. Und dann wäre das Ding durch. Ach ja, was wir noch freigeschaltet haben, was ich gar nicht gezeigt hatte. Hatten wir das letzte Mal oder vorletzte Mal schon? So, hatten wir sogar vorletzte Mal schon. Wenn wir bei Strom reingehen. Wir haben jetzt mittlerweile das Solarkraftwerk, was auch sehr cool ist. Da muss man allerdings drauf achten, wenn man... Äh... Wie heißt es? Es wächst hier alles. Äh... Wenn man normale Wetterverhältnisse anhat, dann kann es sein, dass da... Also, dass es da starke Stromschwankungen gibt. Weil ihr habt mal bewölkt, mal habt ihr Regen, mal habt ihr Schnee. Je nachdem, welches Add-on ihr habt. Oder DLC besser gesagt. Und dann ist es natürlich nicht so cool. Und deswegen müsst ihr da halt ein bisschen aufpassen. Dass wenn ihr da... So ein Kraftwerk mal haben wollt und das auch baut, dass ihr da drauf dann auch achten müsst und dass ihr da eventuell dann auch ein paar, ähm... Schwankungen drin habt im Stromnetz. So, dann kommen jetzt hier ein paar Bäume wieder hin. Erstmal grob. Da wäre natürlich auch schön, wenn man die per Hand setzen würde. Aber wir sind hier bei DLC City. Und wer DLC City 1 kennt, der weiß, wie wir die Bäume gesetzt haben, ne? Also, im Vergleich, nochmal ganz kurz, dafür hätte ich jetzt schon zu viele Baumvariationen. So. Also ich habe jetzt hier gerade zwei Bäume ausgewählt, ne? Das wäre für DLC City 1 schon zu viel gewesen. Aber ich muss sagen, auch diese Baumpinsel, die man einfach so rein spreadet, sind schon cool dafür. Ich meine, wenn man natürlich ins Detail geht, ein bisschen näher dran geht, ist es natürlich ein bisschen was anderes. Aber so von Weitem her finde ich das echt schon schön. Oh, was ist das denn? Kreisverkehr-Alarm. Mit einem dicken... Ne, das ist gar kein dicker Stein. Hier. Ne, den hätte ich mal lieber hier, ne? Ne, hier ist ja gar kein Kreisverkehr. Oh, kurios, Alter. So, da haben wir jetzt noch ein paar Felsen. Hier im Nachbarstadtteil, da bauen die auch einen Kreisverkehr. Also ich weiß, also... Keine Ahnung. Ich bin ja nicht so vom Bau, ne? Ich kenne mich ja auch gar nicht aus. Aber die haben jetzt, glaube ich... Und die sind ja noch gar nicht fertig. Die bauen jetzt, glaube ich, vier Jahre lang einen Kreisverkehr. Ich meine, gut, krass befahrene Straße, aber vier Jahre? Da denke ich mir mal so, was ist da jetzt passiert da? Und die sind ja immer noch nicht fertig. So, guck mal. Klasse! Peter, richtig schön geworden. Jetzt machen wir hier noch ein paar Bäume hin. Nee, wir brauchen den Pinsel. Naja, sehr gut. Auch nochmal, zack. Wie gesagt, die Bäume, die ich gerade alle entfernt habe, die machen wir jetzt wieder hin. Aber dahin, wo wir es wollen. Oh, das ist bestimmt obergeil, wenn ihr sitzt so. Sieht eher aus wie ein Altenheim. Oh, guck mal, die Oma hat sich beobachtet gefühlt. Krass, läuft die einfach weg. Okay, das haben wir. Das haben wir auch. Hier warten wir noch, bis alles vollgebaut ist. Ist alles vollgebaut, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, es ist wunderhaft vollgebaut. Passt auf. Oh, Mist, das ist aber blöd. Ich mache mal STRG A, dann mache ich die Gebäude nicht kaputt. Doch, mache ich wohl. Scheiße. Ah, das ist doch blöd. Vielleicht ja so. Wir müssen das hier durchschlingeln. Au! Krass, kein Gebäude kaputt gemacht. Nice. Da auch noch hin. Immer so Wege zwischendurch. Das mögen die Leute. Und die da gewohnt haben, in diesem kleinen Haus. Deswegen fiel mir das gerade ein mit diesen Abgaben, die man da hat. Was kann ich, wie die hießen? Aber ist ja auch Latte. Und ich sehe gerade oben, da ist schon richtig Alarm. Mit Wasserverfügbarkeit. Schulen, Universitäten. Bildung ist ja ganz krass am Arsch. Ja, machen wir gleich. Was sollen wir denn noch jetzt machen, du? So, ein paar Bäume. Obwohl, das wären meine Lieblingsbäume, glaube ich. Habt ihr auch Lieblingsbäume? Ja, dann würde ich vorschlagen, nächstes Mal optimieren wir für diesen Stadtteil noch mal alles durch. Also wir gehen da noch mal durch und gucken, wo noch was fehlt. Also Wasser, Schulen, generell irgendwie Freizeit, Gesundheit, Müll. Alles gucken wir dann mal durch, nach und nach, checken das einmal ab und segnen dann diesen Stadtteil ab und gehen dann, wahrscheinlich erst übernächste Folge, in das nächste DLC rein. Und für das erste, für den ersten Bereich wird das eigentlich schon ganz schön. Vor allen Dingen, wir werden das so machen, dass es hier auch noch nachher wahrscheinlich dicht bevölkerte Gebiete gibt. Dann werden die wahrscheinlich auch noch dicht bevölkert werden. Und dass wir die dann so ein bisschen an das nächste Stadtbild anpassen. Ich weiß auch noch gar nicht, was hier hinkommt auf die Seite. Aber hier kommen erst mal Green Cities hin. Ich denke mal bis zu dieser Linie, wenn das passt. Und hier können dann zwei Gebiete hin, vielleicht Tourismus und Freizeit. Da bräuchten wir aber doch eine Autobahnanbindung. Und ansonsten, hau da rein und bis zum nächsten Part. Tschüss.